Ein geschenkten Gaul, schau mal nicht ins Maul, aber wir machen es natürlich hier jetzt. Was ist das denn? Was ist das denn? Ne, ne? Was ist das? Was ist das? Hört das auf jeden Fall? Die wackelt, die hat volles Spiel. Wir nennen den ja nicht umsonst Rosti. Rosti. Die Lenkrad ist alles andere als gerade. Oder besser gesagt Traggelenke, die sind kaputt, der ist ausgeschlagen. Unterm Strich ist es Mission Impossible. Sonst ist der gut. Ja, sonst. Willkommen bei Kfz Putsu. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den Rosti 500, den wir vom Wetter bekommen haben. Heute schauen wir uns den. Wir schauen uns den heute einmal von unten an. Wir werden den einmal auslesen das Ganze und mal schauen, wie realistisch Low Budget ist. Wir wollen ja nicht viel reinstecken. Es soll ein schnelles Projekt sein, weil unser W220 hat ja 400.000 gelaufen. Heißt aber nichts. V8 sind langlebige Autos. M113. Wenn du jetzt ganz nahe kommst, es kann ein Wasserpumpe sein oder irgendeine Rolle. Wir haben eine Motorkontrollrichter an. Aydosch, guck mal. Zeig mal. Und ich rieche das. Ihr riecht das jetzt nicht. Aber es riecht so, als würde der Cut. Sich verabschieden. Hörst du auch dieses Geräusch? Ich glaube, Cut ist durch, würde ich sagen. Guck mal, Aydosch, das muss ich dir unbedingt jetzt zeigen. Achte mal. Jetzt funktioniert alles, ne? Du siehst. Mhm. Wir machen jetzt die Entzündung an. Machen den Wagen an. Also achte, funktioniert gar nichts. Nein. Gang, guck mal. Gang geht nicht rein. Achte mal. Ja. Jetzt geht's wieder. Und jetzt achte mal, was gleich passiert. Auf einmal. Jetzt geht's, guck mal. Jetzt geht's auf einmal. Oh, mal kurz runtergefahren. Ja. Auf jeden Fall, wir haben Elektrikprobleme hier. Das erste, was wir machen, ist natürlich auslesen. Weil Motor läuft einwandfrei. Motor leuchte brennt. Aber ich glaube, die metallischen Geräusche, also Ausbruchbereich, würde ich schon Einordnung in Richtung Cut. Also könnte er uns eigentlich so Lambda-Sonde anzeigen. Einblasung, Fehler. Okay. Sekundärlufteinblasung. Und Drucksensor. Was sagen Sie dazu? Zu hoch. Ich sage, braucht kein Mensch. So, Fehler wurde im System gelöscht. Sieht doch gut aus. Ja, Motor. Was ist das denn? Was ist das denn? Nee, ne? Was ist das? Was ist das? Ach du mein. Das ist der Wagenaufnahme. Da, wo wir den eigentlich hochheben. Oh. Ach du Heilige. Das ist sogar durchgerostet. Ach du heilige. Das ist sogar durchgerostet. Geil, ne? Das ist geil. Das ist geil. Ist es sicher überhaupt den hochzuheben? Ja, also frage ich mich gerade auch, ob wir den überhaupt hochheben können. Oh mein Gott, was ist das denn? Schöne Grüße an Schenner. Wieso Schenner? Weil Schenner das ja auch schon gemacht hat. Echt? Ja, ja. Der hat ja auch damit Probleme. Ach du Heilige, wir haben ein riesen Loch hier drin. Ein geschenkten Gaul. Schaut mal nicht ins Maul, aber wir machen es natürlich hier jetzt. Mit Rost, das wussten wir ja. Rosti 500, deswegen. Oh, was hat das denn hier? Zwei gleich Handschuhe. Man sieht, dass ich zwei linke Hände habe. Ziehen wir unsere zwei linken Handschuhe an. Das kommt glücklich. Geh das mal an. Also das wird Spaß machen. Das hörte sich an wie loser Auspuff. Das ist das hier. Die halte, die klappert, ne? Ja, die klappert. Das ist ja kein Problem. Das können wir eben festmachen. Okay. Wir haben es nicht festgemacht, aber wir haben es ein bisschen krumm gemacht. Ja, und dadurch ist es jetzt. Ja, geht nicht. Also den können wir nicht mehr festmachen, aber das ist nicht schlimm. Der wird sich aber wieder lösen. Hier haben wir natürlich übliche Probleme. Öl. Jede Menge Ölverlust. Das ist aber normal. Der hat sehr viele Stellen, wo der Öl verliert. Diese Querlenker, Buchsen. Oder besser gesagt, Traggelenke. Die sind kaputt. Der ist ausgeschlagen. Und der hier ist ausgeschlagen auf jeden Fall. Oder Spurstau. Der ist auch. Sogar der Bremsschlauch ist hier verrostet. Das gibt es noch nicht. So, sobald ich damit fahre, merke ich auch, dass der nach links, nach rechts zieht. Und Lenkrad ist alles andere als gerade. Wir haben ein schiefes Lenkrad auf jeden Fall. Du siehst das auch schön. Die Reifen fressen sich von innen ab. Aber guck mal die Bremsscheiben an. Die Bremsen sind auch tot. Das ist kein Radlager. Hier ist es nicht so. Diese Aufnahmen da oben, die gehen auch mal gerne kaputt. Sieht aber gut aus. Guck mal, hier sieht man auch. Das ist ein Differenzial hier auch. Das ist ein Differenzial. Auch das Verrostet hochzählt. Auch daraus sogar noch schlimmer. Ja, der sieht schlimmer aus sogar. Das ist genau der gleiche, wie der weggegangen ist. Warte mal. Siehst du was? Ja, man sieht da auf jeden Fall aus. Aber das war normal. Das war abzusehen. Auf jeden Fall die Bremsleitungen müssen wir uns anschauen. Die sind auch okay. Hier rostet der auch sehr, sehr gerne. Hier diese Stelle hier. Aber komischerweise hat der nichts. Auspuff ist auch okay. Muss ich auch sagen. Okay, nehme ich wieder zurück. Ach, genau. Hinten die Bremsen sind auch AD. Das merke ich auch bei dem Bremsweg. Der Bremsweg ist einfach übertrieben lang. Oh, nee, nee. Alter, komm her. Da ist auch diese Wagenaufnahme weg. Obere Querlenker, bei dem ihr testen wollt, nicht einfach wackeln oder so. Da kriegt ihr nicht so viel mit. Einfach draufhauen. Und dann gucken, ob es metallische Geräusche macht. Ja. Der Fakt. Schlagen wir den Lager da ein und dann habt ihr diese Geräusche. Hier ist es aber nicht so schlimm. Ja, die andere Seite war ein bisschen heftiger. Achte mal, wie der Riemen aussieht hier. Das heißt, irgendwas ist hier verletzt, dass der Riemen so kaputt macht. Hier, Wasserpumpe, hörst du das? Man hört das auf jeden Fall. Die wackelt, die hat volles Spiel. Öl für den Riemen ist, dass tödlich sowas passieren kann, weil der wird sowas von weich. Das wird wie ein Gummi, den man einfach auseinanderziehen kann. Und darum hat man auch diese Geräusche üblich. Also, wir müssen diesen Rosti 500 ändern, glaube ich, Alter. Auf MI 500. Weißt du, was MI heißt? Was heißt das? Mission Impossible 500. Siehst du das hier? Das sieht ja von außen noch okay aus. Jetzt guck mal rein. Hübsch. Hübsch. Und das wie bei, ne? Alles komplett. Ja, wir werden den Lackieren. Auf Low-Budget-Basis. Hier in der Kabine, Aldoche. Wenn es geht, warum? Mit Arbeiter. Ja, Querlenker vorne. Spurstand komplett. Die oberen Querlenker sind kaputt. Bremsen vorne, hinten. Und dann haben wir Ölverlust. Dann haben wir die Wasserpumpe. Dann gibt es natürlich eine große Inspektion. Dann gibt es noch ein bisschen Rost. Nur so wenig. Dann braucht ja eine Generalüberholung. Ich bin gespannt, wie der unter den Schwellern aussieht, weil das wird auf jeden Fall viel sein. Da werden wir auf jeden Fall mit Ahmed haben und den Karosseriebauern mal anschauen lassen, was die dazu sagen, was wir da am besten machen mit den Schwellern. Aber Reparaturblech sagt schon mal, hallo. Also, ich habe so viele S-Klassen gesehen, aber ich muss sagen, der hier ist einer der schlimmsten, den ich gesehen habe, sogar der schlimmste. Auf jeden Fall. Aber ist ja auch egal. Wie gesagt, den habe ich ja geschenkt gekriegt. Das heißt, ich bin voll happy. Ihr habt Videos zum Schauen. Ich habe Videomaterial zu machen. Bei dem ist echt heftig, mir trock. Guck mal hier hin. Ich habe die gekauft. 120 Euro. Zeige ich euch in einem anderen Video. Ja, und die sehen wie neu aus. Wir gehen jetzt erst mal Drehbuch, mischen in Pause beschreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like raus. und das ist meine Kampfzeit durch Sie. Bis dann. Und rein. Deh, 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 deh. Deh, deh. Deh, deh.